Auswertung und Buchung von Belegen Beim Auswerten und Buchen von Belegen gehen wir in unserer Rechnungswesenabteilung immer in derselben Reihenfolge vor. Sobald wir einen Beleg, zum Beispiel eine Eingangsrechnung erhalten, müssen wir zunächst verstehen, welche Auswirkungen dieser Beleg hat. Dazu sehen wir uns alle enthaltenen Informationen genau an, wer ist Empfänger, wer ist Absender, was wird gekauft, wie teuer ist es und so weiter. Durch diese Informationen wird für uns klar, welche Konten durch den Beleg verändert werden. Diese Veränderungen werden in einem sogenannten Vorkontierungsstempel kurz zusammengefasst. Damit wird der Beleg gestempelt und die Infos eingetragen. Danach wird dieser Sachverhalt in unsere Geheimsprache, den Buchungssatz, übersetzt. Diese Buchungssätze geben uns die konkrete Anweisung, wie wir den letzten Schritt vorzunehmen haben, die Eintragungen in die betroffenen T-Konten. Nachdem alles erledigt wurde, wird der Beleg archiviert. Nun hast du einen kurzen Überblick erhalten, wie wir in unserer Rechnungswesenabteilung mit Belegen umgehen. Details folgen.